Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Nicht wundern, dass es hier Nacht ist und gerade Tag würde. Ich habe gerade versucht aufzunehmen, aber es gab da einen diversen Bug mit dem Inventar. Zum Beispiel wie jetzt. Mir werden die Flaschen nicht angezeigt und ich weiß nicht, woran es liegt. Egal, dann schwimmen wir so jetzt erstmal weiter, weil so ein bisschen bauen geht trotzdem. Pokéball. Ja, Hunger, 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 Hunger. Einen Lizard haben wir noch. Hauen wir drauf hier. Unser Abwehr ist aus. Das machen wir mal ganz schnell an. Oh, ich dachte gerade, es hat sich bewegt. Ich meine, man muss den Fehler, man muss halt drüber hinwegsehen, weil es ist und bleibt halt eine Alpha. Man kann es nicht ändern. Und wir werden sehen. Da ist auch ein Holzstamm mehr drin, ja. Nicht wundern, den hatte ich eben auch reingepackt, weil ich gucken wollte. Der Bug war eben weg. Dass wir, äh, aber hier, die ganzen Flaschen, die wir sammeln, vielleicht liegt es auch am Strand, ich weiß es nicht. Oder wir ziehen einfach mal weiter. Weil eigentlich wollte ich, äh, mal ein bisschen erkunden gehen. Links fällt. Also sprich da hoch und dann mal... Weil jetzt, wo es heller wird... Ich meine, das Einzige Gute daran, wenn es Nacht ist... Okay, das Schlechte daran ist, die Jungs sehen uns halt auch. Ich kann es nicht ändern. Aber... Man sieht wenigstens, wenn sie kommen. Weil die haben ja dann diese, äh... Ach, schon wieder hier so... Ich frage mich echt, was wir mit diesen blöden Tänden... Kann man sie denn mit ablenken? Spielen die damit? Das Gute ist, die Leafs, die kommen nicht weg. Da, Schildi! Tu a talk. Ich fange ihn. Ah, ich habe keinen Pokéball mehr. Weil das Dumme ist, dass wir die Flaschen nicht aufsammeln können. Ist... Hier ist alles weg. Und die Dings... Wir können keine, äh, Molotows bauen. Weil die sind echt geil. Pui! Achso, ja. Und ich werde, wie gesagt, äh, das hatte ich... War der ersten Aufnahme schon gesagt? Ich werde ein bisschen meinen Aufnahmestil versuchen zu ändern. Ähm, dass ich halt... Immer eine Viertelstunde ungefähr... Das ist so das Maß, was ich für angenehm empfinde. Auch wenn ich selber Let's Plays gucke. Mir gefällt das. Ähm... Dass ich so eine Viertelstunde aufnehme. Und dann erstmal Pause mache. Ja, dass man zu jeder Links eine Begrüßung hat. Und so. Hallo, Möwe. Hier, das wird wieder angezeigt. Weißt du, der unwichtige... Scheiß würde ich jetzt nicht sagen, aber... Das war eigentlich keine schlechte Idee, wenn wir... Erstmal... Wenn die Leichen hier nämlich noch liegen, kann ich Köpfe sammeln. Dann können wir nämlich, falls wir was Neues bauen wollen... Können wir uns, ähm... Eine Abwehr erstmal dahin zimmern. Damit... Entschuldigung, ich bin ganz konzentriert gewesen. Das ist sehr anstrengend, diese Kiste zu öffnen. Ähm... Können wir uns eine Abwehr hier hinzimmern, dass wir... Woanders noch bauen können. Ich traue mich nur gerade aber auch irgendwie nicht zu erkunden. Weil nicht, dass... Unsere Fans hier wieder auftauchen. Aber wie ihr gesehen habt, das ist halt auch leider ein Bug des Spiels. Das Inventar ist leer. Das kann ich leider nicht ändern. Weil ist so. Ich bin überlegen, ob ich den See auch absichere. Pilze. Ah, jetzt habe ich den Lizard vergessen. Den wir uns so fleißig auf den Grill gehauen haben. Verdammt. Ah, hab mich jetzt nur selbst vergiftet. Jawohl, hast du gut gemacht. Typ. Weil ich einen dunklen Bären esse. Was die Anni nicht wollte, davon abgesehen. Oh mein Gott. Lauf, 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 lauf. Da sind sie. Okay, das hat sie wahrscheinlich abgeschreckt, denke ich mal. Das ist auch gut so. Can't eat raw fish. Ja, ich weiß. Aber ich habe ja auch leider nichts mehr zu beißen. Weil ich habe jetzt meins hier verkommen lassen. Weil durchs Quatschen habe ich es vergessen. Verdammt. Oh. Wir, wir verhungern. So, gut angefangen hier. Jetzt. Das ist echt scheiße. Da hinten geht der Chef. Schnell. Schnell hin, anzünden. Schlecht will er verhandeln? Ist nicht. Das halten wir von Verhandlung. Schnell zurück. Bevor sie mich wirklich entdecken. Sie sehen ja nur diese Abwehr. Gucken wir durchs Fenster. Dafür haben wir es ja. Ist da eine Fackel in der Hand? Brennt der? Der Lümmel? Da ist auch noch eine Patrouille. Seht ihr sie? Oh mein Gott. Mein Chef hält das wohl nicht fern. Gehe ich mal von aus. Das ist so kacke. Da hinten war auch kein Speer mehr. Oh, 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 oh. Nicht cool. Wir haben Batteries. Wir haben ein paar Leichenteile, mit denen wir hauen können. Ich kann sie mit Geld bespeisen. Ah, hier. Jetzt. Das hat sie abgehalten. Wie es aussieht. Das finden die nicht cool. Nicht so cool. Oh, Birdie ist weg. Birdie, Birdie. Sie rennen. Jetzt kommen die von oben wahrscheinlich. Da war der Brüller. Und noch einer. Oh, jetzt habe ich gegen das Mikro geschlagen. Ich komme hier nicht raus. Ich komme hier nicht raus. Holt der Verstärkung jetzt oder was? Taucht denn hinten auf? Muss mal abwehren. Hier. Können wir besser zielen. Aha. Wie ist das die Scheiße jetzt ausgeht hier? Das fehlt mir ja noch. Geht die Sonne jetzt gerade unter wieder? Das ist ja wie... Wie abgestimmt. Oh, Scheiße. Es ist aus. Schnell hin. Schnell hin. Schnell hin. Schreien die jetzt gerade da oben hier im Baum an? Oder was machen die da? Also hier ist echt eine uncoole Position. Ich glaube, wir müssen echt noch umziehen. Aber ich kann nichts machen. Ich komme hier nicht raus. Ich habe keinen Speer. Wir brauchen Essen. Really? Nicht nice. Wir haben auch keine Energy-Riegel gefunden oder so. Oh, Medizin. Das ist ja schon mal etwas. Batterien. Aber den Kram brauchen wir eigentlich auch nicht. Stick und das. Nein. Haben wir nicht Steine auch aufgehoben? Das ist jetzt gerade echt... Oh Gott, was war das? Wow. Wieso ist der hier drin? Was ist denn mit ihm? Das muss ein Bug sein. Verdammt. Ist er gerade durch die blöde Wand gesprungen, der Typ? Der Lümmel. Du bist der Chef hier? Alter! Hau ab da. Das ist ja richtig... Okay, wir sind hier wirklich nicht mehr sicher. Na komm. Räuf an. Komm her. Typ mit zwei Kerzen. Abgewehrt. Aua, ich brenne. Uncool. Kommt der einfach durch die Grafik gehüpft, der Bengel. Jetzt flicke ich hier gleich durch die Grafik. Das fehlt mir noch. Flugt er gerade das erste Teil? So. Er ist schon mal weg. Oh mein Gott. Jetzt kommen sie schon durch die Wand. Unsere Abwehr ist aus. Das ist richtig uncool. Richtig, richtig uncool. Ich glaube, jetzt haben sie uns gefunden. Home sweet home ist nicht mehr... Oh, ich speichere mal. Mal zur Sicherheit mal gucken. Vielleicht stehen wir jetzt um 50 von den Viechern rum, aber... Ja. Da ist der Nächste. Und der Nächste. Komm schon, haut ab, Bubis. Da hinten ist die übelste Abwehr. Die sind einfach vorbeigelatscht. Die sind durch die Berge gekommen. Wo sind die hin? Ich wette, die sind im Berg. Das scheint echt so. Zur Not. Wir haben flinke Füß. Pokéball. Wir greifen sie mit den Tennisbällen an. Er sammelt auch keine Steine auf. Das ist richtig, richtig scheiße. Oh, oh, oh. Das ist nicht gut. Da, sie haben es markiert. Tatsache. Sie haben unseren wunderbaren Campingplatz markiert. Dass wir da sind. Gehen wir mal ein Stück weiter. Da ist eine Insel. Da gehen wir rauf. Eis kalt, wie wir sind. Der Hai stinkt. Hier liegt ein fetter Anker. Hier liegt so viel Stoff rum. Ja, das funktioniert nicht. Das ist echt... Ist das ein Speer? Jawohl. Und eine Campingausrüstung. Was ist denn hier los? Ich glaube, der wurde eiskalt niedergemäht. Ist das da hinten ein Typ? Oder täuscht das? Das ist der, den wir hier... Den wir umgelegt haben. Der ist mal ein paar Kilometer geflogen. Der Bubi. Möw. Das ist doch eine Höhle, oder? Tatsache. Wir gehen jetzt erstmal zurück. Wir brauchen Essen. Vorher können wir die Expedition einfach nicht starten. Das ist echt ärgerlich. Aber wir können jetzt wenigstens mit dem Speer Fische fangen. Und uns die Fische erstmal rüsten. Ah, da ist jetzt auch eine Markierung. Da auch. Da auch. Oh mein Gott. Jetzt haben wir langsam wirklich ein Problem. Wir haben sowieso ein Problem. Da sind sie. Ah, lauf. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber das hält sie schon mal weg. Tja. Die Gegend war schön. Aber ich glaube, wir müssen jetzt wirklich in der Wägung ziehen, einen Schuh zu machen. Einen großen. Einen riesen großen. Außerdem verhungern wir gleich. Warum Fisch? Hier waren noch Fische. Den noch. Das war so klar. Gott, ich bin noch verhungern. Schnell. Ein bisschen einheizen. Die Fische sind nicht da. Okay, Leute. Dann kann ich es nicht ändern. Ich glaube, wir werden jetzt drauf gehen. Weil ich finde keine Energieriegel, nix. Jetzt haben sie es auch noch markiert. Da vorne. Das heißt, wir werden jetzt eh hier vollkommen berühmt werden. Da waren... Hier. Nicht mal die Energieriegel sieht man mehr. Oh, ist das ärgerlich. Wir werden jetzt... Wir verhungern. Das kann doch nicht wahr sein. Also Bugs hin oder her. Aber das war ja... Wir hatten so... Wir haben so schön gestartet. So wundersch... Bar. Ich weiß noch nicht. Wir sind schon einmal draufgegangen, gell? Ärgerlich. Hier. Ich muss das Ding nicht entfernen. Das wäre voll cool. Zack. Zack. Keine Ausdauer mehr. Ich sehe mein Leben gar nicht mehr. Was soll ich machen? Das Problem ist, dass uns die Sachen einfach nicht angezeigt werden. Ich habe auch gar nicht mitgekriegt. Wurde... Gab es jetzt noch mehr einen kleinen Patch? Warum das jetzt auf einmal so ist? Jetzt. Fangen wir in Taubsi. Wurde nix. Ihr habt ja gerade gesehen, dass ich Fisch aufgehoben habe. Aber irgendwie... Wird das schon das Ende von Forest sein? Also... Diese Aufnahme. So, zünden wir nochmal an. Vorsicht, Taubsi. Bei der Marvel sind die doch auch abgefackelt. Irgendwas stimmt hier mit dem Spiel auch denn gerade nicht. Ah, Mann, Mann. Okay, Leute. Ich mache aber dann erstmal Pause, weil das ist echt... Ich muss mir ein bisschen einlesen oder mal gucken, ob es jetzt mehrere genau dieses Problem hatten. Das hatte ich nämlich noch gar nicht, weil das macht so auch keinen Spaß. Ich denke mal, es könnte sein, dass wir nächstes Mal wieder neu anfangen, weil ich habe nichts zu essen. Wir gehen gerade tierisch drauf und... Naja, was soll ich sagen? Ich hoffe, wir überleben es. Und ich hoffe, nächstes Mal, wenn dieser Bug weg ist, dass wir... Fangen wir uns sofort einen Fisch, Mampfen und dann geht es los. Weil man guckt, wie viele Tage wir überleben. Das ist ja Ziel des Spiels mit unserem Wasserhaus hier. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Empfiehlt mich weiter und viel Spaß noch beim Gucken. Sorry, dass diesmal nicht viel passiert ist, aber was soll ich machen? Reinhauen, Tschüssi!